Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet bzw. habt ihr bisher einen guten Start. Momentan traden wir bei ungefähr 29.300 US-Dollar. Wir haben sehr, sehr wenig Bewegung über die letzten Tage jetzt gehabt. Deswegen gab es auch gestern oder vorgestern kein Update Video mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin im Urlaub. Man sieht es mir vielleicht ein bisschen an. Ansonsten würde ich sagen, steigt mal gleich sofort durch. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und wenn ihr Bock habt, aktiviert auf jeden Fall die Glocke bzw. klickt da drauf. Ansonsten, wie gesagt, momentan ungefähr 29.300 US-Dollar. Wirklich wenig Bewegung. Gestern war, glaube ich, wieder Fettsitzung, was ich so am Rande mitbekommen habe, aber es ist auch nichts wirklich Spannendes passiert eigentlich. Also keine neuen News. Deswegen weiterhin Konsolidierungsphase. Wir traden unter den 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Wir kommen nicht hier über diese Widerstandszone bei ungefähr 31.700 US-Dollar. Wir haben keine Anzeichen im RSI, im MACD, keine Volumenanzeichen. Also der Markt geht einfach komplett seitwärts. Schauen wir uns mal den Daily Chart momentan an. Auch hier sehen wir keine wirklichen Veränderungen. RSI weiterhin knapp am überverkauften Bereich. Also ein bisschen drüber werden wir uns ein bisschen erholt. Aber ansonsten, für mich weiterhin bin ich ein bisschen bearish eingestimmt. Diese Liquidität, die hier unten liegt, in diesem Bereich bei ungefähr 26.000 US-Dollar beziehungsweise beim Buy-Bit-Chart sogar bei 25.000 US-Dollar, ist weiterhin wahrscheinlich, dass wir uns diese hier unten noch abholen. Jedoch denke ich weiterhin, dass wir erst nochmal ein kleines Reversal nach oben hinbekommen, zumindest hier in diesem Bereich zwischen 34.000 und 35.000 US-Dollar, wo unser Golden Pocket liegt und auch mittlerweile die Daily E-Mail-Ribbons. Das heißt, wir könnten hier hochschießen, einen Haufen Leute long rein triggern und dann hier wirklich diesen finalen Abverkauf hier unten in Richtung Monats-S3 bei ungefähr 24.300 US-Dollar hinzukriegen und dann vielleicht hier wirklich mal endgültig einen Boden sehen. Ansonsten können wir uns ganz kurz mal die BTC-USD-Longs angucken. Die sind nämlich mittlerweile auf dem All-Time-High. Also ihr seht es hier drüben auf dem Daily Chart. Wir hatten nicht mal bei unserem All-Time-High so viele Longs offen und jetzt konsolidieren sie hier seit ein paar Tagen hier oben auf sehr, sehr hohem Niveau. Die Frage ist jetzt, sind es Longs einfach zur Absicherung vielleicht von Short-Terms dann auch, dass wir halt nachhaltig dann nach oben hin steigen können. Vor allem, weil diese Longs schon seit Wochen im Endeffekt weiter rasant ansteigen. Jetzt momentan diese kleine Konsolidierungsphase. Heißt jetzt aber nicht, dass wir von heute auf morgen auf jeden Fall hier in Richtung All-Time-High oder Sonstiges gehen. Es ist einfach gerne zu beobachten, die Longs sind auf All-Time-High und sobald die dann langsam zurückgehen, dann haben wir möglicherweise unseren Boden gesehen. Das heißt noch nicht, dass wir jetzt wirklich schon den Boden haben. Deswegen vorsichtig mit solchen Infos. Lasst euch da jetzt nicht in irgendwas rein triggern, sage ich mal. Aber momentan passiert sowieso nicht viel. Also ihr könnt im Endeffekt gleich Short oder Long gehen. Ihr könnt auch einfach Schlong gehen. Ganz normal, beides am besten. Nee, Spaß. Momentan einfach ein bisschen Unsicherheit im Markt. Ich würde jetzt auch nicht in irgendwelche Longs einfach so ohne Sinn und Verstand reinmachen. Ihr seht, es passiert relativ wenig. Auch hier auf den kleineren Time-Frames bei den BTC-USD-Longs sehr, sehr wenig, was hier passiert. Jetzt schauen wir uns auch ganz kurz gleichzeitig noch die Shorts dazu an, ob wir hier auch irgendwas erkennen. Und hier sieht man ganz deutlich, die sind eindeutig auf dem rückläufigen Pfad. Rasanter Anstieg erst gehabt und dann sofort wieder abverkauft. Also ihr seht es momentan eher Longlastig. Trotzdem übergeordnet weiterhin eher ein bisschen bearish, was ich ja gesagt habe. Die 24.000 US-Dollar bitte nicht abschreiben. Wir könnten sogar noch auf die 20.000 US-Dollar. Trotzdem, das ist erst so. Erst mal die 24k, dann schauen wir weiter. Ihr wisst lieber so ein bisschen Step by Step. Trotzdem kurzfristig, um es jetzt mal ein bisschen abzuschließen, kurzfristig Bullish auf vielleicht 34, 35k und dann wirklich dieser finale Abverkauf, um dann vielleicht wirklich einen Boden zu bilden. So, jetzt schauen wir uns noch ein paar Altcoins an. Ethereum, auch 1 zu 1 wie Bitcoin. Klar haben wir hier diesen Downtrend gebrochen, aber seitwärts verlassen. Downtrend ist nie eine gute Entscheidung, auch wenn wir sagen können, okay, wir hätten jetzt hier so ein Falling, Broadening, Wedge. Aber wie gesagt, seitwärts ist nie gut. Wenn, dann möchten wir ein impulsives Breakout sehen. Retest muss nicht erfolgen, also muss eigentlich nie erfolgen. Und hier einfach so ein seitliches Breakout wollen wir auf jeden Fall nicht sehen. Schauen wir uns Cardano an. Hier im Endeffekt auch gleiches Spiel. Hatten wir eigentlich so vorhergesehen. Nochmal wieder hoch an unsere Range gegangen, in diese 4 Stunden Supply und seitdem überhaupt keine Bewegung. Abfallendes Volumen, also fast gar kein Volumen mehr hier im Markt. Also der Markt bereitet sich hier wirklich auf den nächsten Move vor. Bitcoin Dominance, 44%. Also auch hier auf relativ hohem Niveau. XRP, auch kaum Bewegung. Also hier habe ich ja auch schon mal was eingezeichnet. Dieser Wig hier unten gefällt mir überhaupt nicht bei ungefähr 32 US-Dollar Cent. Auch XRP habe ich in dem Dip weiter nachgekauft, beziehungsweise bin ich jetzt erstmal richtig eingestiegen. Ich war nie wirklich in XRP investiert. Jetzt mit einer größeren Summe erstmal rein investiert. Trotzdem auch hier weiterhin bearish. Solange wir kein wirklich signifikantes, höheres Hoch bilden und das ist bei ungefähr 0,53 US-Dollar Cent, sind wir hier einfach bearish. Es ist einfach so, die Struktur ist so. Auch wenn wir auf den kleineren Times erst mal höhere Tiefs bilden, ist es noch längst kein Markt Structure Break. Ja, ansonsten gibt es eigentlich wenig zu sagen. Der Markt ist entweder tiefrot, man sieht es hier ganz gut, AVAX oder Avalanche, Hedara, Atom, alles so 7, 8% im Minus, Bitcoin 3,5%. Da sieht man einfach wieder, Bitcoin ist einfach das Safe Heaven Asset, auch wenn es in der Bevölkerung, sag ich mal, noch nicht so angekommen ist. Aber für uns ist einfach momentan Bitcoin das entscheidende Altcoin-Spot, Schritt für Schritt nachkaufen. Aber ansonsten, Traden momentan dann eher beiseite lassen und eher auf Bitcoin konzentrieren. So, dann schauen wir uns noch ganz kurz die News zum Ende an. Letzte Rettung, Robinhood plant Self, Kassidy Wallet ohne Gebühren, gute Idee. Und dann noch steuerliche News, steht Portugal, die Besteuerung von Kryptowährungen bevor. Könnt ihr euch gerne durchlesen, ich schicke es euch später auf jeden Fall noch in die Telegram-Gruppe, wer noch nicht drin ist. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wahrscheinlich morgen früh. Gewohnte Zeit dann wieder, beziehungsweise die nächsten Tage sollten jetzt normal laufen, soviel ich weiß. Ansonsten werde ich euch auf jeden Fall in die Telegram-Gruppe auf den Laufenden halten. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder und wie immer. Stay Crypto, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.